Na, ich mach gerne mal aus und wieder an, damit ich weiß, dass... Wenn irgendwas verkehrt, dann möchte ich alles verkehrt, das weißt du. Hm. Das ist mal eine ganz coole Idee eigentlich, ja. Dann hab ich immer noch ein heiles Häppchen. Was aber diese Vorrichtung hier wohl soll. Sieht halt aus wie... Wir haben schon lange kein Rätsel mehr gelöst. Hm. Sieht aus wie... Also ein Reaktor-Dingens... Das ist doch einfach so ein... Macht der Reaction-Videos? Wo ist der Ring? Wo ist der Ring? Mit all den verschachtelten Lüftungsschächten und keine Ahnung was und Roboter, die irgendwo rauskommen, wäre es eigentlich das perfekte Gebiet, um einen irgendwo in eine Pfütze zu ziehen oder so. Beziehungsweise irgendwo in ein Loch zu kidnappen. Ja, klar. Super Idee. Ich schlag's dir, den Entwicklern, doch mal vor. Nee. Wie geht's denn hier raus? Beim Ausgang. Ja, ich bin gespannt, ob mir der Anzug jetzt was bringt. Ich bin schon wieder hier, hä? Ach, rechts so. Was spielst du denn hier? Na, da links hinten ist doch der Aufzug. Ja, den hab ich ja gerade eben noch nicht gesehen gehabt. Hm, hm. Ach so, wir hätten oben bleiben sollen, Agese. Das ist ja blöd. Was warst du denn da? Ah, nee, hier geht's auch lang, oder? Hm. Was denn? Dann läufst du mir ja voll falsch. Echt jetzt? Ach, nö. Ach ja. Hm. Jetzt muss ich hier wieder hoch. Schmutz. Nein, jetzt geh einfach zurück. Nein, du läufst schon wieder voll falsch. Nein, jetzt warte doch ab. Jetzt hat alles Sinn. Ach so. Du kennst meine Mission nicht. Hm. Weil du musst eh runter. Sicher? Ja. Hier runter. Hier, guck. Hier. Also, bei meinem Weg. Alter. Nur weil du neidisch auf meinen Anzug bist. Nein. Ja, du. Auf jeden Fall. Ist ja nicht so, als könnte ich ihn mir auch anziehen. Schauen wir ja nicht. Aber da haben wir jetzt gar nicht so einen Teil bekommen, ne? Das heißt, das war jetzt nicht, äh... Sollen wir mal testweise zu den zwei, äh... Ladies, oder? Zu welchen zwei Ladies? Na, zu der älteren mit dem geschlossenen Mund und zu der Nimue. Aber warum denn zu Nimue? Na, um ihr zu sagen, dass ihre Schwester Sia gesagt hat. Ja, das, das... Klar, geh hin. Sag, deine Schwester ist tot. Gern geschehen. The fuck. Wo sind wir denn? Wo müssen wir denn hin? Hm. Ja, siehste mal. Bei Losamene. Losamene, oder? Na, irgendwas mit... Ich hab's schon gefunden. Brauchst mir nicht helfen, das ist schon oje. Na, ich seh halt nichts. Das ist schon okay. Wenn du nicht willst, sag's doch. Aber es läuft besser als, ne? Das ist jetzt schon, ja. Hast du heimlich geübt? Nee, tatsächlich nicht. Jetzt soll man dann da auch üben. Ich mein... Auf jeden Fall ist mal ein bisschen mehr auf ihrem Teppich. Hier ist der... Das Festmahl. Tja. Der Schmetterling. Was soll das sein? Das hier war der... Black König. Das hier war... Das ist ja fast voll, Mann. Naja, nicht ganz, aber... Das hier war der Rat, aber das haben wir gar nicht... Gegen die haben wir gar nicht gekämpft. Das ist die Nachtweberin. Ja gut, das heißt ja nicht unbedingt, dass da was zu kämpfen ist. Nee, nee, genau. Aber was war das hier? Hm. Hm. Aber da fehlen nur noch vier, ne? Hier oben sind noch zwei frei. Ja, dann fehlen noch sechs. Dann haben wir es ja bald. Schätzchen, ich muss dir etwas zeigen. Okay. Diese Steppdecke ist das Leben dieser Welt. Das habe ich schon erklärt, glaube ich. Und ob du es weißt oder nicht, du hast an ihrer Vollendung gearbeitet. Wenn du denen dran hilfst, während du dich ihren Monstern entgegenstellst, ist jede Prüfung ein Flicken dieser Steppdecke. Und sie ist jetzt halb vollendet. Dir gebührt so viel Dank dafür wie mir. Vielleicht sogar mehr. Ich wollte meine Freude mit dir teilen, Schätzchen. Hier, ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich werde dich nicht länger aufhalten, Kim. Ich wollte es dich nur wissen lassen. Ich? Ja? Warum? Wow. Ja, ist doch voll cool. Ganze 110 Altmetall. Ja, wir haben noch ein Item bekommen. Nee. Doch. Nein. Ein neues Relikt. Quartiertes Herz gewährt keine Standardheilung. Bei Verwendung wird der Ausdauerentzug aufgehoben und Ausweichen heilt 17,2 Gesundheit über einen Zeitraum von... Das heißt, jedes Rollen heilt dich dann. Hm. Ich bleib bei meinem. Die zwei Ringe, wir machen beide Schilder, die wir bekommen haben. Bräuchte mal sowas für... Mod-Schaden, Elementarschaden. Mann, das ist geil. Bin ich da eigentlich schon wieder was Neues? Nee. Aber hä? Was bekommen ist besser als nichts bekommen. Ja. Alte Weisheit. Alte Drahen-Weisheit. Ui. Warum ist der jetzt so alte Drahen-Soße? Lustig. Ist der Clown gefrühstückt? Woher weißt du das? Ach nee, es war ja... Salzbritzen-Müsli. Boah. Alter. 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 Boah. 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 Jo. Nimm mir Ue. Nimm mir Ue. Nimm mir Ue. Hey, der läuft in die falsche Richtung. Schon wieder ist jetzt... Nimm mir Ue. Ja. Hallo. Du singst wahrscheinlich auch Ami-Mu-Wei-Web. Ami-Mu-Wei-Web. Ah jo. Ja. Ach ja, falsche Richtung. Ich lieb's. Na du? Wie sie dich anguckt. Mhm. Nein, du siehst es ja nicht von hier her, aber... Das wär so witzig, wenn sie einfach auf dich draufhauen würde. Komm, sie lädt doch voll zu einem Bosskampf ein. Das ist witzig. Ich habe die Nachtweberin getötet. Ach, wie eine Schwester. Gerne. Ja. Und ich hoffe auch, dass du findest, wonach du suchst. Okay. Gib mir was. Behehrst du mich ein weiteres Wanderer? Tja. Du musst nie... Wir können einen Ring bei ihr herstellen, der verflucht verhindert. Oh, okay. Für drei Lumi-Numi-Kristalle. Hm. Die anderen vier Sachen sind noch nicht. Aber das, was man da... Das war ja nicht verflucht, dieses Kotzen da, ne? Nee. Hallo. Kannst du mal mit mir reden, bitte? Hm. Kannst du nicht mit dir reden, weil bei ihr kann man ja alle Sachen herstellen. Ja, ja. Gehehrst du mich ein weiteres Wanderer? Du musst nie muessen. Okay. Eine Feen, achso, okay. Dachtest schon, du kannst ihre Klasse lernen. Ihre Klasse, ja. Ja, so als, ne? Mit einem Item von mir. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir nur noch drei Ringplätze frei haben? Oder meinst du, scrollt dann einfach weiter? Ne, ich glaub, ich glaub, ich glaub, dass es... Ich glaub, dass es dann einfach weiter scrollt. Aber war doch lohnenswert. Ja. Außer, dass wir jetzt nichts bekommen haben. Was ist wohl, wenn man hier einfach... Doch, ein Ring. ...wenn man hier ins Gesicht schießt. Ist der ein Böse? Ich bin dann mal raus. Kannst du gerne ausprobieren. Komm mal da. So, dann waren wir auf Nerut, Algeese. Ja. Ja, da waren wir ja drin, ne? Genau. Yes, korrekt. Dann guck ich mal, ob mich die Schlotze noch beeindruckt. Scheint nicht so. Die Frage ist, bringt es mir jetzt, was hier laufen zu können? Oder nicht? Ah, nein, doch. Ist immer noch... Na gut, ich denke mal, da ist halt auch der Rand, ne? Da ist halt auch nichts, oder? Ich weiß es nicht. Aber was ist, wenn das Toxin voll ist? Hört man dann? Keine Ahnung. Probier's aus. Du wünschst mir auch nichts Schlechtes. Ist der da runtergefallen, oder? Ja, der ist da runtergefallen. See ya. Hey, dieses komische Ding hat er an dem Ding gescannt, an der Antenne da. Guck. Waren wir hier eigentlich schon, ja, ne? Ja, hier waren wir ja auch schon. Hm. Funktioniert ja gut, dein Anzug. Ey, hier ist ja irgendwas. Ah, ne. Jein. Ah. Hm. Oh, man stirbt dann wirklich. Cool. Ist mir jetzt der Kopf geplatzt? Nein. Ich guck mal, ob ich hier grad irgendwie... ...was finde, wo wir... ...wo ich dich wiederholen kann. Oh, Gott. Du willst ja nur alleine leveln. Ich wusste es. Ja. Jaja, aber... Hm. Aber ist das hier der große Turm? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Ich kann ja nicht nachgucken. Hm. Du läufst zurück, wo wir gerade herkamen, oder? Ja, ja, ich... ...ich such's ja. So ein G-Helter, wo wir schon mal reingegangen sind... ...und dann, wenn du da in die Tür gehst, müsstest du doch... ...hähm. Hinter dir ist ein Ring. Ja, ich will aber nicht ohne dich was aufheben. Warum? Das müssen wir doch trotzdem kriegen, oder? Okay, gut. Siegel der Bewahrung. Wo muss ich denn jetzt lang? Hm. Dann bin ich ja froh, dass ich scheinbar in dem Kampf vorhin doch kein Toxin voll hatte. Hm. War da nicht der Eingang? Ja. Danke. Gerne. Irgendwo ist eine Ärmlichkeit, sag ich's hier. Naja, es wäre schon ziemlich lame, wenn hier nirgendwo eine ist. So viele Verstecke, wie man hier hat. Aber gibt's vielleicht doch was, was Toxin runter machen kann? Hm. Keine Ahnung. Hm. Weil man kann ja allgemeinstatus-Effekt-Gedöns runter machen, aber... Also, dass es länger dauert. Hm. 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 Bei dir oder bei mir? Was denn? Da war nicht so ein Bomb... Hm. Das war aber kein Gegner, Dings. Kein Boss, Dings. Ich hab da jetzt nix gehört, ne. Ach, du Scheiße. Er war bei mir. Die Frage ist, wo bist du? Das find ich halt dumm, dass man nicht auf der Karte sieht, in welcher Richtung der andere ist. Hm. Geht's denn, oder? Ja. Ja, aber irgendwo Schüsse, also. Irgendwo in der Nähe bist du. Warum ist hier ein Weg? Kannst du dich vielleicht nochmal in die Nähe von dem Checkpoint-Ding stellen? Warum? Ich würde gern was ausprobieren. Hm. Aber ich warte, bis du Skull gibst. Bin gleich da. Ja, ist gut. Oder auch nicht hin. Da. Ist es endlich vorbei? Okay, okay. Okay, klettere hoch jetzt. Nein, klettere hoch. Oh Gott. Also, ich bin da. Ah, okay. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt eine völlige Hirngespinst-Sackgasse ist, oder? Hm. Naja, das werden wir ja gleich sehen, ne? Ja. Wie ziemlich hirngespinst-Sackgasse ich aus. Oder hat halt einfach nicht das gebracht, was ich dachte, was es bringt. Aber ich lebe noch. Aber da war auf jeden Fall nichts Spannendes. Also kann ich wieder loslaufen, ja? Ja, ich denke schon. Ja. Könnte man sich Sachen auf der Map markieren? Ich weiß es schon, ja, gar nicht mehr. Naja, ich habe auch gerade gehofft, aber nee, es ging irgendwie nicht. What the fuck? Bei dir oder mir? Bei mir. Hm. Come on. Danke. Gerne. Ich bin jetzt, ja. Come on. Der hat ja ein Schild. Sehr witzig. Oh Gott, heilt's doch. Oh, die Heilkugel liegt irgendwo in der Pampa. Also es gibt noch ein paar Eingänge, ja. Aber. Und das Leuchtending beim Hauptturm können wir ja auch nochmal aufheben, aber. Das meiste ist halt mit Aufzügen. Dass man da irgendwo reinkommt mit Aufzügen. Also hier ist zumindest auch wieder einer. Okay. Na, dann komme ich doch mal zu dir. Ja. Ja, aber war auf dem Weg nicht auch eh noch Kram? Na, ich bin gerade versucht, also ich versuche gerade zu so einem Punkt zu kommen, aber. Wird denn das sein? Ich verlaufe halt außen rum an der Map, in der Hoffnung, dass da irgendwo eine Heimlichkeit ist, aber. Wir müssen ja auch immer noch diese Dinger. Hier ist ein Chippoint. Gucken. Wir suchen diese, diese Dinger, mit denen du aktivieren konntest. Ja, da bist du ja. Guckt man da irgendwie hoch? Ah, hier ist doch was. Aber es wird nicht aufgehen, ne? Das ist so eine Tür, die von der anderen Seite aufgeht normalerweise. Wahrscheinlich ein Ausgang von irgendeinem. Das sieht nicht aus. Ah. 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 Wie immer, bist du aber schon groß? Hm. Das findet ja auch... Oh, shit. Findet ja auch alles in diesem riesigen Gebiet statt, mehr oder weniger. So, wieder bei dir, ne? Hm. Ich findest aber die großen Dinger. Die finden mich? Hm. Aber dieses blaue... Also, kennst du diesen blauen Totenkopf mit dem X in der Mitte, also auf der Stirn? Das ist das... Ah, wenn du mal durch so eine Pfütze gehst, wenn die sterben, dann weißt du, was ich meine. Ach so, das meinst du, ja, ja, okay. Und das halte ich vorhin voll. Und das war dann dieses Unterdrückt. Hm. Wo du immer noch nicht weißt, was es gemacht hat. Genau. Genau das. Okay. Hier ist ein Fahrstuhl. Ja gut, Fahrstuhl, die gibt es ja nicht. Oh nein. Oh, hier ist irgendwas recht hoch. Oh nein. Bist du runtergefahren? Oh nein, ich hänge irgendwie fest. Oh. Und noch, mann. Oh Gott sei Dank. Crouchen hat geholfen. Ah, okay. Ja, aber irgendwo müssten wir jetzt halt mal weiter, ne? Äh, wie soll er konnten, ist doch lustig. Ich bin bestimmt gleich einmal rum. Was bist du denn? Hm. Na hier. Wenn du jetzt hinter dich guckst, quasi mapmäßig, da recht weit hinten. Ach du Scheiße, okay. Ich fahr mal mit dem Fahrstuhl hier. Ja, aber dann kommst du ja ins nächste. Hast du nicht gesehen, nicht? Ja, ohne dich doch aber sowieso nicht. Ach so. Aua. Aua. Boah, Jun. Der hat so weh getan. Ah. Der hat ein Laserschwert. Warum? Oh Gott, da sind ja noch mehr. Tring mich jetzt nicht zu dir zu kommen. Da. Nö, 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 nö. Zum Glück ist das vorbei. Der hat mich jetzt gekillt. Ich glaub, der hat mich gekillt. Scheint so. Tja, witzig. Wie? Ich war doch voll. Hm. Hier ist auch ein Aufzug. Also muss ich jetzt zu dir, ja? Nein, ich komm zu dir. Irgendwann müssen wir eh beides machen. Ja. Es gibt übrigens einen Widerstand, also eine Salbe, die den Leidenszustand unterdrückt. Die hab ich schon benutzt, ja. Aber die hilft nicht viel. Hm. Aber ja, hab ich gesehen, ja. Hatte ich auch zwei Stück von. Ich bin in Schwerigkeit. nachzuhören zu stellen so ich komme zu dir ja doch langsam zeit wenn ich geguckt habe was das hier ist vielleicht noch diese werbeunterbrechung aber ich sehe solche angabelbaren dinger gar nicht ich scheine eher dazu sein wo du die anderen gefunden hast mehr so um den anfang rum meinst du hier ist die map schon frei das heißt hier war ich schon dann bin ich ja jetzt einmal rum ja wo bist du auf der anderen seite cool cool das ist auf jeden fall ein sehr unübersichtliches gebiet und der nebel hilft da nicht heute schon fragen was es bei der einen tür bedeutet aber dass da bin ich dahinter gestorben sie kann ich würde sagen wahrscheinlich laufe ich jetzt wieder komplett falsch aber ich hoffe doch nicht naja bei dem aufzug war ich vorhin auch aber muss ja ich bin ja wie gesagt aus noch umgelaufen das leuchtende ding da war ne ne das leuchtende ding ne ich hab wenn du schon aufgehoben hast habe ich da ja nichts mehr gesehen deswegen ach so ne da war nix da war nix naja die ohne geht an dich auf der anderen seite auch so ein wand bild wir mussten mit uns selber spielen hier drüben was naja wir hatten keine coolen sachen bei uns früher wir mussten mit uns selber spielen coconut was nastet was nastet okay ach so okay so 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 Untertitelung des ZDF, 2020